Hallo und wieder Willkommen zurück zu einer neuen Folge Jungle Und nein, wir leiden jetzt keine Grafikqualität HD runter, das mache ich danach Damit die Qualität ein bisschen schöner wird Nach dieser Folge, also ab dieser Folge auf jeden Fall Hat die Qualität jetzt drin Und ja, was haben wir hier alles, wir sammeln erstmal unser Öl ein Und das Gold Der Po ist schon voll Und die Tagesbelohnung, stimmt Die sammeln wir aber nicht auf, weil wir haben 2500 Öl schon mittlerweile Ich würde sagen, wir, was machen wir? Öl ausgeben würde ich sagen Das upgraden dauert 5 Minuten Okay Kanon-Upgrade dauert 5 Minuten, machen wir auch mal Zack, zack Aber die 1000 Öl machen wir noch nicht So ein Angriff war Ne, wir gucken erstmal, was hier so alles ist Im Chat, Matze Dortmund Suchen ab 50, wenn du was weißt, wäre gut Okay, kannst gut wegschreiben Hallo Hölle Dortmund Ludolf spielen ein 2250 Dias-Tornier haben Nur 16k Rating Diesmal Clan-Info Platz 1 1400 Vorne Also Sascha ist ein Clan Hallo Guten Abend Schreibe ich mal rein Moin Geht das? Hab Auf Auf Nah Nah Ja, ist gut Schreiben Nah Nah Marzis Heulko von Nah, Maloche Da denke ich nicht so weit Okay Ähm Würde ich sagen Starten wir den Angriff Finden wir einen Gegner Wieder mal zwei Bonus Heute wir gehen mal weiter vielleicht wenn wir noch in leichteren auch der doch schon wieder mörser ok der ist machbar ja kommt schon der erste wachtturm zerstört sehr gute leute ihr macht das ihr packt das hoffentlich gehen sie gleich auf die kanone oder auf die commandenzentrale weil dann habe ich auf jeden fall schon gesiegt okay sie gehen auf die commandenzentrale aber ich verrenne den schön nice ja ok da werden alle einfach getroffen jetzt gehen sie auf die exzizierplätze sehr schön leute gut machte das kann uns glaubt schon 2 ich weiß es nicht zerstören die dahin exzizierplatz während der die commandenzentrale zerstört dann geht er hoffentlich auf die mine aber von der entfernung da hinten aus nein das war ja das war klar dass die kann man jetzt angreift aber nur einen verloren leute nice ok der geht ja auch auf die mine das könnte 100 prozent werden aber ich bin mir da nicht ganz sicher kommt schon leute ne das wird sehr knapp sehr 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 knapp die kanonen bleiben bestehen glaube ich ja die sind nur zu dritt da unten die regeln das nicht ja nice zerstört okay das war ein 78 prozent sieg naja immerhin sehr schön 36 medaillen bekommen das läuft ja so und in einer minute sind die auch schon geupgradet so wie viele diamanten ich koste den nächsten arbeiter 500 das geht ja noch das geht ja wirklich noch und in der zweite start ist es ja ganz schön über die ersten seite die 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 2.300 der exzc platz abzugehen das machen wir jetzt gleich würde ich sagen ich koste das 700 das macht 3000 und hier habe ich ja gut also im 2.500 ich habe ja die tausende vom fortschritt dann erstmal das upgraden dann erstmal ja das habe ich nicht genug ich weiß zack und wir haben auch noch einen erfolg ja danke stufe 7 und jetzt das haben wir noch 500 für truppen das müsste reichen 10 von denen und 10 von den anderen so und das war es dann auch schon wieder von dieser folge lasst einen like da wenn es euch gefallen hat ein abo wäre auch sehr nett ich habe ja in der letzten folge schon angekündigt dass ich jetzt immer diese kurzen folgen machen werde auch wahrscheinlich immer nur um euch zu zeigen was gerade so voran schreitet und deswegen jetzt so eine kurze sieben minuten folge wenn es euch gefallen hat lassen daumen nach oben dann abo wäre sehr nett und schreibt wie immer in die kommentare anregungen jetzt darauf was man so verbessern könnte an dieser hässlichen base und ja wir sehen uns dann zur nächsten folge haut rein ciao